Wieso zeigt sich eine Freundin eigentlich nie? Ja, ganz einfach. Sie möchte sich halt nicht zeigen, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber man hat schon eine gewisse Reichweite, auch wenn auf Twitch jetzt in Anführungsstrichen nur 300 Leute zuschauen. Aber es sind 300 Leute und sie möchte halt ungern in ihrem Privatleben eingeschränkt werden und möchte daher halt auch nicht unbedingt in den Vordergrund gerückt werden, also auf Twitch oder YouTube. Und deswegen möchte sie sich halt nicht zeigen. Kann sein, dass sie sich irgendwann zeigen möchte, aber jetzt gerade möchte sie es nicht und das muss man respektieren, das respektiere ich und das müsst ihr in dem Sinne auch respektieren. Und ich finde es halt auch absolut nicht schlimm, weil keine Ahnung, es ist halt schon so, wenn das hier 300 sehen, auf Instagram sehen es 5.000, 6.000 in einer YouTube oder in der Instagram Story und auf YouTube auf dem Zweikanal sehen es 20.000, 30.000 Leute und auf dem Hauptkanal sehen es fast 100.000 Leute, 100.000 Menschen, die du alle nicht kennst, wissen wie du aussiehst. Und dass man da eventuell dann dumm angeguckt wird irgendwo, ist natürlich halt auch immer eine Sache, die nicht unbedingt sein muss und dementsprechend kann man das halt, finde ich, voll nachvollziehen und sollte da halt auch Einsicht zeigen und sagen, okay, das ist ihre Entscheidung und das ist halt so. Ich habe mich dafür entschieden damals, 2012, dass ich Videos von mir mache und habe mich 2013, 2014 dafür entschieden, auch mein Gesicht zu zeigen und mich zu zeigen und ich habe jetzt damit kein Problem. Es ist mein Job, ich mache das gerne. Wenn ich Leute von euch sehe, sprecht mich gerne an. Ich bin auch absolut nicht böse oder sonst was, wenn das passiert. Im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn ich Leute von euch sehe. Abgesehen davon, wenn ich gerade am Essen bin oder gerade irgendwo in der Nase popelt oder sonst was, ist ein bisschen unangenehm vielleicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es kommt halt auf die Situation drauf an. Ich hatte es zum Beispiel mal, dass ich von einem Kellner angesprochen wurde bei einem Essen. Ganz, ganz weird. Es waren zwei Kellner. Es war bei so einem All-You-Can-Eat-Laden. Ganz entspannt und saßen wir da und dann haben wir gegessen und dann kam einer so an, ich glaube, ich kenne dich. Und ich so, ja, kann wirklich sein. Und er so, ja, du machst doch YouTube-Videos. Ich so, ja, genau. Und dann hat man so kurz ein bisschen so, yo, yo, ja, geil, freu mich, guck deine Videos ab und zu. Ich so, ja, freut mich. Und dann war es das halt auch so. Und dann war zum Beispiel ein anderer da, der war ein bisschen schüchterner, der Kellner. Vielleicht hat das von dem anderen da mitbekommen, dass ich da war. Oder vielleicht kennt er mich auch nur von dem oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das dann super awkward. Und zwar kam der halt an und sagt so, ich, ich, ich kenne dich. Und hat so voll gezittert und hat so gemerkt, okay, der Junge ist komplett instable. Und ich so, ja, das kann sein. Und ich habe gegessen. Ich war da am Essen die ganze Zeit. Und dann hat er so gefragt, so, können wir ein Foto machen? Und ich so, yo, ich bin gerade am Essen. Vielleicht danach halt so, ne. Das ist absolut kein Disrespect oder kein Hate oder sonst was. Aber das Ding ist halt so, wenn ich am Essen bin, dann will ich essen. Ich meine, das ist verständlich, glaube ich halt. Ich glaube, das sollte man in dem Sinne halt auch respektieren. Und das Ding ist dann halt, wir waren dann halt nach dem Essen noch 20 Minuten da und ich habe gewartet, bis der kommt. Aber ich wollte jetzt halt auch nicht wie der große protzige YouTuber dann auch da ins Lokal reingehen und sagen, hey, da war ein Kellner, der wollte ein Foto mit mir machen. Ich bin es. Zero of Time. Der krasseste YouTuber von allen. Ne, und als er da nicht kam, bin ich dann halt auch gegangen halt, ne. Also ich kann halt auch, wie gesagt, schlecht dann reinsteppen. Das war halt auch letztes Jahr, damals im Sommer, Corona. Also es war halt da diesbezüglich halt auch noch sehr kritisch und sehr, sehr kritisch, weil keiner war damals geimpft von einem Jahr. Inzwischen sieht das anders aus, aber trotzdem muss man noch Abstand halten und aufpassen. Wichtige Sache, sage ich euch immer wieder. Da bleibe ich ja doch bei. Aber, ja, I don't know. Wie gesagt, falls ihr mich sehen solltet, sprecht mich gerne. Ich hatte schon super ulkige Unterhaltungsdiskussionen, zum Beispiel irgend so ein älterer her, wo ich dachte, scheiße, der sticht uns jetzt ab, Alter, ey, wir sind nicht in der dunklen U-Bahn. Und dann auf einmal kommt der, äh, ich kenne sie von YouTube. So, äh, was? Ich dachte, sie bei mir um. Und jetzt weiß er, wer ich bin. Vielleicht bringt er mich deswegen um. Ganz, ganz weirde Sachen. Aber, ey, der war am Ende dann auch ganz nett und hat sich dann sehr gefreut, als wir dann ein Foto gemacht haben. Und das war, das war sehr unterhaltsam. Aber das meine ich halt so, ne? Also, man darf auf jeden Fall niemanden nach seinem Äußeren irgendwie beurteilen. Aber da habe ich halt so gemerkt, so, jo, klar, ist meine Zielgruppe in den Sinne Pokémon natürlich halt die jüngeren Leute. Aber es gucken sehr, sehr viele Leute meine Videos. Und da sind halt auch viele ältere Leute dabei, die eventuell sich für Pokémon interessieren. Die sich eventuell für meine Meinung interessieren. Die sich eventuell halt auch für andere Sachen interessieren. Sei es Yu-Gi-Oh! oder vielleicht halt auch Pokémon Unite, was gerade sehr aktiv ist. Ich weiß es nicht. Das sollte man halt immer so ein bisschen im Kopf haben. Wenn ich mir meine Demografie angucke, beziehungsweise, wenn ich mir meine Stats angucke, von Zuschauern, die ich halt in meinen Social Medias habe. Ihr werdet lachen, wenn ich das sage. Ich habe mehr über 60 Leute als 13 bis 18. Natürlich sind die ganzen Alterssachen nicht richtig halt, ne? Aber wenn wir uns das angucken, ich zeige es euch. Hier sind die Graphen. Das ist doch echt ein bisschen besser. Das Erste, das ist 13 bis 17. 3,1 Prozent. Danach 18 bis 24. 27,6. Danach 25 bis 34. 32,7. Und danach 35 bis 44. 22,3. Also ihr müsst euch mal reinziehen. Ich habe 55 bis 64 und 65 sind mehr Zuschauer als 13 bis 17. Allein, das muss ich mich mal reinziehen. Natürlich werden die meisten einfach ihr Alter auch changed haben. Aber selbst dann, 25 bis 34 sind immer noch die meisten Zuschauer. Das ist ultra krass halt, ne? Wenn man sich das mal vor Augen hält, dass mir viele Leute einfach sagen, dich gucken, eh nur Kinder oder sonst was halt, ne? I know. Klar sind da Kinder bei. Das ist ja ganz normal. Das ist ja wie bei, keine Ahnung, Call of Duty. Ist ein Spiel für Erwachsene, aber spielen trotzdem mega viele Kinder. Das ist bei allen Sachen dabei. Das wirst du bei jedem haben. Und wenn ich das hier so im Chat sehe, 38 und älter, 35 Jahre, 31, 29, also ich sehe schon, ihr seid alle hier die Aktiven, die Oldtimer. Genauso wie ich, ey. Ich wurde gestern oder vorgestern gefragt, glaube ich, von den Eltern meiner Freundin, wie alt ich bin, weil, oder von der Mutter, weil sie es vergessen hat und ich so, ich glaube, ich glaube, 27 und meine Freundin sagt so, ey, du bist 28. Ich so, wirklich? Bin schon 28? Da komme ich gar nicht drauf klar. Fand ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr witzig und sehr, sehr sympathisch. Es war nochmal ein schöner Talk am Ende, muss ich an der Stelle sagen. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht heute. Ich hoffe euch auch, falls ja, wie gesagt, ähm, das ist gern Däumchen da, das ist gern Abo da und ein Follow da. Und ich würde sagen, wir beenden den Stream. Haut rein, wir sehen uns, macht's gut. Ciao, ciao.